Ja, ich heiße Martin Hase, wohne in Großstresow, eines der schönsten Orte hier auf Rügen natürlich. Bin 78 Jahre alt, habe während meiner Berufszeit im Spezialbetonbau Binz gearbeitet. Man sitzt ja auch am Wagen noch. Ja, dieses Fahrzeug, das haben wir 1970 bekommen. Das heißt, 1970 haben wir die Rennschlittenbahn in Oberhof gebaut. Dann durfte unser Chef 14 Tage nach dem Westen fahren, in das nicht-sozialistische Ausland, wie man sagt. Und dann hat er sich den Wagen ausgesucht. Also unser Chef Ulrich Mütter, der war schon was, er konnte was. Der kam mit einem schwarzen Anzug auf eine Baustelle, Lackschuhe und dann lief er durch den Beton. Da machte der sich gar nichts aus. Der ging immer vorne ran und das muss klappen und das klappt auch und ich will das. Ja, dann haben wir in Tripolis, haben wir dann dieses Raumflugplanetarium gebaut. Sehr schönes Gebäude, eines, also möchte ich sagen, eines der schönsten. Nach der Wende habe ich dann ja noch bis 1993 noch hier drauf gesessen und haben auch noch ein Teil gemacht. Als die Firma ja in die Knie ging, da sagte auf einmal mein Sön, du fährst, das Auto steht in Samtens. Wir haben das Fahrzeug zurückgeholt, weil wir da dran gehangen haben, ich sie. Einfach als Liebhaberstück und haben gesagt, nee, der darf nicht vergammeln. Ja, vielleicht machen wir noch mal was damit, Betonspitzen bestimmt nicht. Ja, vielleicht ist das. Vielen Dank.